Okay Leute, wir gehen rein. Ich hatte gerade einen Schluck auf. Bin höchst aggressiv. Ich hasse Schluck auf. Und jetzt gehen wir rein mit Hands. Mit Hands, Friends, Philofans. Und diese Map bekomme ich heute in der Session so unfassbar oft. Das macht mir ein bisschen aggro schon. So wie alles im Leben. Aber egal. Wir ziehen durch. Es ist so heiß. Ich freue mich schon nach der Aufnahme einfach wirklich die Klima auf 100.000 zu stellen. Maximum Speed Exput. Genau. Output meine ich. Was für Exput, Junge. Mir geht's gar nicht gut. Kann ich kurz du sein? Danke man. Ist das einzig Gute, wenn man unten spott, dass man halt eine Free Green hat. Und eventuell natürlich auch noch ein Keycard. Ein Keycard. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Die Hitze macht mich wirklich verrückt hier. Die Hitze macht mich ehrlich verrückt hier einfach. Aber egal. Dann verdrückt sie. Nein. Nicht nochmal sowas. Würde ich nicht so fühlen. Äh. Zack, zack, zack. Hier rein. So. Wuhu. Die hat... Ich bin rumgejumped, um zu gucken, ob sie reagiert. Sie hat reagiert. Ist hergekommen. Hat auch genau vor der Tür gewartet. So als würde sie... Ja genau. Ja genau. Oder was? Nein. NIEIN! Ja, sie bleibt mich gespürt, ich bin ein Dahmer! Bis morgen, Leute! Untertitelung des ZDF, 2020